Friedrich Ulmer war ein deutscher Schauspieler und Schriftsteller. Leben Ulmer stand erstmals im Alter von 18 Jahren auf der Bühne des Residenztheaters in München. Obwohl er ursprünglich Jurist war und als Rechtsanwalt arbeitete, hörte er damit bald auf, um sich der Schauspielerei zu widmen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde er am Münchner Hoftheater eingestellt. Sein künstlerischer Aufstieg begann aber erst nach dem Krieg. Im Jahr 1921 gastierte er für kurze Zeit am Lessing Theater in Berlin, kehrte aber anlässlich der Festspiele am Künstlertheater in München, wo er mehrere Rollen, wie etwa die des Florian Geyer und des Petrucchio bekam, wieder zurück und wurde dort zum Spielleiter ernannt. In der Folge wurde er 1929 vom Bayerischen Kultusministerium als Professor für Dramaturgie und Regie an die Universität München berufen. Im Jahr 1933 wurde er von den Nationalsozialisten gezwungen, aus dem Münchner Theaterbetrieb auszuscheiden und gelangte erst 1935, also erst nach fast 15 Jahren, in denen er bis auf ein kurzes Gastspiel in München tätig war, nach Berlin zurück. Nach einigen Jahren kehrte er aber wieder nach München zurück, konnte aber nicht mehr Fuß fassen. Von 1920 bis in die 1940er Jahre war er auch in einer Reihe von Filmen als Schauspieler zu sehen. Außerdem tat er sich auch als Schriftsteller hervor. Filmografie Die Hexe von Lola Ruh Das Schwarze Amulett Der Totenkopf Der Totenkopf Sterbende Völker 1924 Helener Helener 1928 Waterloo 1933 Der Tunnel 1934 Die Zardaschfürstin 1934 Schloss Hubertus 1935 Der Klosterjäger 1935 Der Alte und der Junge König 1935 Der Rote Reiter 1935 Das Mädchen Johanna 1935 Die Heilige und ihr Narr 1936 Standschütze Brockler 1937 Das Schweigen im Walde 1937 Der Bergruf 1938 Stärker als die Liebe 1939 Das Recht auf Liebe 1939 Der Feuerteufel 1940 Ein Mann auf Abwägen 1940 Der Herr im Haus 1940 Das Fräulein von Barnhelm 1941 Hochzeitsnacht 1941 Karl Peters 1941 Um Krüger 1941 Kameraden 1942 Die See ruft 1942 Geheimakte W B 1943 Der Ochsenkrieg 1943 Jugendliebe Weblink Friedrich Ulmer in der Internet Movie Database Bilder von Friedrich Ulmer in Virtual History Normdaten GND 117.287.911 LCCN N8406 8394 VEAF D D Vielen Dank.